Musik Wie der Ecker gratulieren wir ganz herzlich den Nordischen Filmtag, 62-Jährige Jubiläum. Eine ganze Menge von unseren Mitarbeitern sind selber immer mit dabei und gucken sich gerne die Filme mit an. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch mit dieser kulinarischen Künstlichkeit noch weiter unterstützen dürfen. Musik